Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von S.A.R.E. Und da geht's auch weiter. Irgendwie hab ich das Gefühl, hier haut irgendwo jemand dagegen. Ach da! Ähm. Der ist doch schon tot, da brauchst du nicht mehr zuschlagen. Der ist merkwürdig, der Typ, aber egal. Aha, da hinten kommen wir also nicht hin. Ist ja fantastisch, dass wir zu dem jetzt da hin müssen. Alter! Du bist der Grund, warum ich hier bin. Gib mir das... Das ist das Spiel. Los geht's. Ah, Betäubungsfalle. Wie setze ich die ein? Nein, nimm den Schläger mit. Was steht da? RB. Cycle. Ja. Nein, keine Gesundheitshypo. Wie soll ich denn die einsetzen? Hä? Hä, ich... Kapier grad nicht. Nein, du sollst den Schläger nicht wegschmeißen. Du sollst... Hä, wie soll ich denn die Betäubungsfalle einsetzen? Aktuelle Position, Zielfalle blockiert. Ach, schau mal an. Hm, hier war ich ja noch gar nicht. Inventar. Ah. Mhm, Tonbänder. Ja, schön. Das bringt mir jetzt trotzdem nicht viel weiter. Zu den Zielen. Finden Sie den Fallenraum des Opfers? Finden Sie weitere Puzzleteile im Eichenflügel? Äh. Aber wie setze ich die Betäubungsfalle ein? Jetzt helft mir doch. Hm. Back off, Top. Alter. Gegen ihn habe ich doch keine Chance. Gib mir das Kug. Ach, komm. Leck mich. Alter. Du ruinierst mein Leben. Was? Ich habe überhaupt nicht dein Leben ruiniert. Alter, wie soll ich denn den fertig machen? Okay, das ist Taschenlampe. Mit B block ich. Ach, mit. Ah, mit X mache ich einen härteren Schlag. Okay. Das muss ich natürlich auch wissen. So. Ja, ja, komm. Halt's Maul. Komm her, wenn du was willst. Okay, der ist fast tot. Da ist ein Schlag. Das ist das Spiel. Ah. Yeah. Nagel hab ich komplett. Okay. Wo hat denn der seinen Schläger? Hallo? Ich will seine Waffe haben. Na, dann eben nicht. Dann muss ich ja mit dem Krüppelstock jetzt hier rumlaufen. Ein Rohr. Das kann man doch mitnehmen. Okay. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich den schaffe. Schläger. Nee, der ist kaputt. Den will ich nicht. Äh. Boah, eine Pistole. So. Nimm den Revolver. Revolver ist immer gut. Eine Kamera. Will ich nicht. Sprengfallen-Pläne. Sehr geil. Sehr geil. Barrikade bewegen. Öffnen. Jemand zu Hause? Lauf ich hier überhaupt richtig gerade? Oder? Ach, komm. Diese fucking Glasscherben. Zahnrad schlupft mir mal nur eine Sicherung. Ah. Okay. Die Schrottwinden-Patronen können wir nicht mitnehmen. Aber wir können... Ja, lass ich Fuß spuren. Nee. Wir können jetzt hier weiter nach unten gehen. Huah! Wieso ist die Musik gerade so panisch? Utilities. Aha. Aha. Was? Ach, komm. Da oben steht doch jetzt noch nicht schon wieder so ein Penner, oder wie? Ach, da. Hab ich ihn erwischt? Ich glaub schon. Okay. Äh, dann einmal kurz nach unten. Dann gucken wir da unten in die Türen rein. Ist das eine kluge Idee, hier reinzugehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Na super. Hätte ich mir auch sparen können. Was haben wir hier? Der Sicherungsraum. Aha. Mal wieder zwei Sicherungen. Gut. Gehen wir weiter. Das war da hinten lang, wo der Typ die Sachen geworfen hat. Tod. Was wollen die denn alle von mir? Boah, hier nehmen wir den Eisenstab. Da ist auch keiner. Okay. Irgendwelche fallen hier? Nee. Knacken. Öffnen. Öffnen. Falsch. Falschly accused. Das heißt... Falsch. Irgendwas mit falsch. Hallo. Achso, das ist diese... Ah, verstehe. Jetzt sind wir hier einmal im Kreis gelaufen. Ist ja auch super. Okay. Okay, wir müssen also hier... Bleib mal ruhig hier. Hier nach unten klettern. Ach nee, nicht schon wieder so ein Altar. Ganz ehrlich. Es kommt bestimmt gleich das nächste Minispiel. Natürlich. Feuerzeug will ich nicht. Wir haben eine Taschenlampe, die ist ganz gut. Fallakte. Polizei sucht noch immer nach dem Jigsaw-Killer. Von Oswald McGillicuddy. Die Detectives Tab und Singh untersuchen noch immer die brutalen Morde des sogenannten Jigsaw-Killers. Wir werden diesen Kerl festnageln. Wir werden diesen Kerl festnageln, meinte Tab. In gewohnter Offenheit. Hoffentlich wird der Jigsaw-Killer in naher Zukunft für diesen Reporter nichts weiter als eine Fußnote sein. Die Tür geht nicht auf. Da kommen wir auch nicht rein. Na super. Was? 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 Eichenstation Pinion Station. Was? 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 Wenn es nicht für diesen Mann war. Der Mann, der eine Phantom-Krugschwette gegen dich hat. Für keinen Grund, außer dem, um den Fähig und den Fähig zu bekommen. Er hat nichts ohne seine wälen Worte. Aber du, Detektiv, bist ein Mann in der Aktion. Find die restlichen Puzzle im Puzzle und sie hier sammeln. Die Wahrheit ist genau hinter dieser Tür. Kontrollpunkt Ist der tot? Ja, der sieht tot aus Ähm Okay Guck mal, wie episch er rennt, wenn wir zielen und rennen Sieht richtig episch aus Yeah, epic Verschlossen Verschlossen Ich hab hier doch was gehört Auch verschlossen, natürlich Ach, scheiß Glasscherben, ganz ehrlich So Scheiß, jetzt haben wir bloß noch eine Höh Ich habe dir geholfen, richtig? Ich habe dir geholfen, deine Message oder was auch Also, also, du lasst mich gehen? Ich bin Angst, ich kann das nicht tun Hast du das, Detective Tapp? Ja, der Kumpel, der dich nicht konzentriert hat Er hat ihn abgeholt und hat seinen Partner Du hast insinuiert, dass wir die gleiche Person waren Ich glaube, dass Kredit sein sollte, wo Kredit ist Du hast den Mannes Leben mit deinen konstanten Insinuations Wörter sind sehr stark, Oswald Aber so sind die Aktionen Ähm Da komme ich jetzt nicht mehr zurück Na, natürlich Scheiße Verschlossen Alter, was geht da ab? Alter Hat er den in der Mitte durchgesägt, oder wie? Ach nee Ach, aufgerissen Jetzt verstehe ich das Ganze Drum ist da so viel Blut an der Wand Und Gedärmen Und Neue Innenreinrichtung Sehr schön Kann man auch zum 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 Sonntagsbraten zerteilen benutzen Das ist ein super Gerät Epic Run Ich habe eine Pistole Oh, ein Regenbogen Ach, da prügeln sich wieder welche Cool Ich hasse Puppen Ja, ja Beende das Spiel Alter, wie lange brauchen die denn, bis einer tot ist? Übel T карas Oh, du Oh, das ist Tid Oh, du Ja, das ist